Le Püsti, die junge Weheme, hat zuletzt arg geschwächelt und Kira Korpi, Henrik, die haben wir noch gar nicht gesehen. Nein, die wird auch später einsteigen beim Cup of Russia in den Grand Prix-Zirkus. Und da hat Susanna Pöcki dann ihre Grand Prix-Serie schon beendet. Denn das ist ihr letzter Auftritt nach dem sechsten Platz von Skate America. Könnte das wieder ein sechster Platz werden, jetzt allerdings 98,03 Punkte für die Kür und 148,03 und damit die Führung.